So, Hallöchen, Hallöchen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ja, wir sind hier wieder zurück bei The Sinking City. Und wir haben es uns jetzt als Aufgabe gesetzt, unten diese Glasfabrik zu begutachten. Und dafür müssen wir aber leider ganz tief runter in den Süden. Ja, aber ich hoffe einfach, dass wir jetzt hier in Salvation Harbor, dass wir mal ein, zwei Schnellreisepunkte freischalten können. Das ist jetzt meine Idee dahinter. Und ich hoffe einfach, dass das klappt. Mehr kann ich nämlich nicht tun. Scheiße. Es ärgert mich ein bisschen, dass wir nur noch keine Schnellreisepunkte haben müssen, die sich ändern. Weil, ja. Das bedeutet, jetzt tue ich vielleicht ein paar Minuten vergeuden. Kann sein, aber dafür werden wir später wieder Zeit sparen. Von daher, passt. Ist fein für mich. Ich hoffe, für euch wird es auffallen. Ansonsten, ihr habt ja die Fähigkeit, einfach ein, zwei Minuten bevor zu skippen, falls ihr das wirklich sehen möchtet. Andererseits, wenn ihr mich auf dieser wunderschönen Regenbootsfahrt begleiten möchtet, dann dürfte das natürlich gut zugegebenermaßen. Die Bootsfahrt ist jetzt schon wieder vorbei. Also ist das halt manchmal. Naja, was soll man tun? Ähm, ja. Ja, ich muss auf jeden Fall hier einmal jetzt diesen Straßen folgen und wir halten dabei natürlich Ausschau nach einer Telefonzelle. Okay, wo könnte, wo würde ich als Entwickler hier Telefonzellen platzieren? Das ist eine gute Frage. Der Schaff ist gerade erst ins Netz gegangen, Mr. Ja. Hier vorne ist eine. Sehr gut. Hier haben wir direkt schon mal eine gefunden. Das ist wichtig. Hier ist Salvation Harbor West. Wunderbar. Perfekt. Ja, guck mal. Das ist doch schon mal, das ist doch schon mal ein riesiger Schritt. Dann wird hier bestimmt eine im Osten auch noch sein. Aber so ist das halt. Das bedeutet, wir können hier erstmal dem Ding weiter folgen. Und dann kriegen wir das hin. So. Dann laufen wir mal. Besonders weit kann es ja aber auch nicht mehr sein, ne? So. Was haben wir denn hier Schönes? Wir haben ein wunderschönes Spiel. Das auf jeden Fall. Und man merkt einfach, wie sich die Entwickler hier auch kreativ auslegen durften. Und das, das spürt man. Und das finde ich ehrlich gesagt sehr, sehr schön. Bin ich auf dem richtigen Weg? Ja, weil ich bin genau richtig. Okay, dann müssen wir jetzt die richtige Tür finden. Das wird nicht leicht. Aber ich tue, was ich kann. Nämlich gegen Türen laufen. Ich habe nicht gesagt, dass ich viel kann. Okay, wobei, das muss ja schon eine größere Firma auch sein. Das kann ja hier kein popeliger Drecksladen sein. Ah, guck mal hier. Perfekt. So, guck mal. Perfekt. Ja, sehr gut. Oh, 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 oh. Auf diesem Tisch wurden wohl die Rahmen gefertigt. Ja, ich habe es mir schon gedacht. Okay. Okay, dann wird gleich noch ein großes Viech kommen. Okay, man muss hier gut die Deckung ausspülen. Ja, sehr gut. Wunderbar. Ja. Ja. Aber ich rechne, also so viele Patronen, wie wir hier bekommen, habe ich echt mit etwas Größerem gerechnet. Irgendein Mittel zur Oberflächenbehandlung. Vermutlich werden damit Glasscheiben in Spiegel verwandelt. Geht das einfach so? Kann man jede Glasscheibe zu einem Spiegel machen? Also ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung, was der Unterschied zwischen, äh, also ne, was der Unterschied zwischen Spiegeln und Glasscheiben ist. So, so, auch so von der Fertigung und wie das gemacht wird und bei welchen Temperaturen und so. Ich habe keine fucking Ahnung. Aber ja, stimmt, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dann macht es schon Sinn. Ein menschliches Gesicht. Warten Sie, ich schließe die Tür auf. Ich weiß zwar nicht, wer Sie sind, aber ich bin heilfroh, ein menschliches Gesicht zu sehen. Was machen Sie hier? Ja, ist ziemlich einfach. Ich suche nach jemandem, und zwar nach einer alten Frau mit einem Spiegel. Haben Sie sie gesehen? Ähm, vielleicht meinen Sie die alte Bethany. Sie kommt oft hierher, bringt uns Essen, Decken und so weiter. Kennen Sie sie? Nein, aber ich würde sie gerne kennenlernen. Wissen Sie, wo ich sie finden kann? Ja, aber das macht es für sie nicht leichter. Bethany war gerade im Lagerraum, als die Warmbiester kamen. Sie hat sich dort eingeschlossen. Ich habe einen Ersatzschlüssel, aber... Ja, say no more. Aber die Sache hat einen Haken, richtig? Richtig. Wir haben zwar eines dieser Monster erwischt, aber es ist einfach zu zäh. Es treibt sich immer noch vor dem Lagerraum, Herr Wurm. Ja, das wird so ein fettes Fies sein. Und Bethany kann nicht raus. Und wir müssen da rein. Ohne die Vorräte verhungern wir. Aber ich glaube nicht, dass wir es mit dem Monster aufnehmen können. Ich hoffe... Ja, ich erledige das Monster. Ja, ist ja gut. Ja, annehmen wir. Ich kümmere mich um dieses Monster. Wir sehen uns. Ja, das Ding im Untergeschoss. Okay, na dann gehen wir da doch einfach mal hin, oder? Ja, das wird so ein fettes Fies sein. Machen wir uns nichts vor. Wir schaffen das. Das kriegen wir hin. So. Das Problem ist nur, ich muss mir Munition fertigen. Und davon habe ich wahrscheinlich nicht mehr viel. Scheiße. Ja, wobei doch, haben wir. Das kriegen wir hin. Dann würde ich sagen, fertigen wir uns hier einfach zwölf Patronen. Bis zur letzten Patrone. Okay. So, Metallteile und Dingens. Das heißt, eine Falle können wir uns zwei... Also okay, das heißt, wir bauen eine Falle auf und dann der Rest erübrigt sich von selber. Okay, und hier haben wir noch mehr. Okay, ja, das ist ja puderreich. Ja, hier, guck mal. Wir haben es hier zweimal Schießpulver noch. Patronenhülsen. Nur das Problem ist, wir müssen hier das Tor einmal aufschießen. Machen wir mal ein Foto davon. Warum auch immer. Okay, jetzt ein Schu... Wow. Okay. Das war... Das war es schon. Das war ja gar nichts. What the fuck? Hä? Ich habe jetzt mit einem riesigen Viech gerechnet und nicht so mit so einem kleinen Mini-Monster. So, ja, hat mir ein bisschen Damage gemacht. Ja, wird mich ein Mad Kid kosten. Aber ich hätte jetzt gedacht, dass ich hier jetzt wirklich aber perfekt ausgerüstet sein muss, damit ich das überlebe. Aber gut. Ich würde sagen, das war relativ entspannt. Wir haben einen Fähigkeitspunkt übrigens bekommen. Ist mir noch aufgefallen. Den sollten wir mal mit verbraten. Wir haben jetzt hier... Genau, das haben wir jetzt perfekt gemacht. Wir haben das hier verstärkt. Mehr brauchen wir momentan eigentlich nicht. Ja, auch hier. Du kannst bis zu 25 beliebige Gegenstände... Ja gut, wir sind eh immer am Limit. Von daher... Egal. Ähm, ich würde sagen... Ähm, hier, du kannst einen... Du kannst zusätzlich mehr tragen. Ich meine, es bringt mir ja nichts. Ich habe ja eh nicht mehr, was ich verbraten kann. Von daher erhöhe ich jetzt hier meine Lebenskraft. So, und jetzt haben wir das hier. Bäm, zack. Und jetzt rein hier. Die Tür gibt nicht nach. Okay, ich muss das Ding töten. Habe ich gemacht. Gedankenspiele? Ja gut, ist immer noch das Gleiche, ne? Okay, das kann ich... Das habe ich angeheftet. Die Tür gibt nicht nach. Okay, ich muss die Kreatur töten. Habe ich gemacht. Das heißt, ich kann jetzt nach oben und er kann mir den Schlüssel geben. Wunderbar. Ich habe das Monster getötet. Ich weiß. Den Krawall hat man bis hier oben gehört. Gute Arbeit, Mister. Hier haben Sie den Schlüssel. Nehmen Sie sich, was Sie brauchen und schauen Sie bitte, ob mit Bethany alles in Ordnung ist. Mache ich. Sie können sich darauf verlassen. Ja gut, wobei macht auch Sinn, dass er uns den Schlüssel nicht vorher gibt. Weil ansonsten könnten wir einfach mit dem Schlüssel abhauen. Das wäre auch ein bisschen dumm. Okay, na dann ab nach unten und dann sagen wir mal Bethany, hallo. Schönen guten Tag. Ja, na die ist natürlich weg. Ist klar. Randalls Tagebuch. Ich hätte nicht gedacht, dass mich diese Stadt überraschen könnte. Und doch hat sie es dank Francis Frogmorton getan. Seinem Lieblingserben den Weg zu ebnen, indem er den anderen Erben aus dem Weg räumt. Er glaubt doch tatsächlich, dass es seinen Sohn einen Gefallen damit getan hat, ihn auf die Spiegelwege zu schicken. Schließlich hätte er ihn auch umbringen können, was mich betrifft. Ich war einfach nur froh, dass ich mein Wissen teilen konnte. Sollte Francis irgendwann vorhaben, seinen Sohn zurückzuholen, findet er für ihn hoffentlich einen geeigneten Körper. Ich habe genug von dieser Stadt. Es wird Zeit, in wärmer Gefilde zu ziehen. Er hat sich aus dem Staub gemacht. Jetzt will ich verarschen. Wir haben es fast geschafft. Okay. Aber nur fast anscheinend. Zersprung in der Spiegel. Alle Schlüsselhinweise gefunden. Okay, was heißt das jetzt? Okay. Würde ich sagen, können wir Robert einen Bericht erstatten, oder? Gehen wir nochmal nach oben. Gucken wir mal, ob wir mit dem noch was bereden können. Ansonsten haben wir alles, ne? Mehr gibt's nicht. Verrückt. Sie verstecken sich. Sie verstecken sich unter Wasser. Früher konnte man hier sicher ganz gut leben. In Tümpeln, in Pfützen. Ja, sehr gut. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Blicken alle Spiegelbauer so zwielichtig drein? Vielleicht. Wer weiß das schon so genau? Eine gute Arbeit. Aber sieht so aus, als wäre das Geschäft aufgegeben worden. Ein Jammer. Wer hätte gedacht, dass in Spiegeln so viel Planungsarbeit steckt? Ja gut, kommt ja drauf an, ob du einfach nur einen billigen Spiegel machen willst, der seine Funktion erfüllt. Oder ob du wirklich ein Kunstwerk vielleicht sogar damit erschaffen willst. Oder halt so künstlerisch da auch aktiv sein willst. Okay, das heißt, wir haben hier alles. Wir haben die Kreatur getötet. Mehr gibt's nicht zu tun. Ähm, tja, das heißt, die hat sich verbisst. Klasse. Und ich nehme mal an, da unten im Keller gibt's jetzt auch nix mehr. Das heißt, wir sind hier fertig. Wir können gehen. Ich will noch mal ganz kurz hier reingucken, ob's hier noch irgendwas gibt. Was man irgendwie sonst noch irgendwie untersuchen könnte. Aber ich nehme mal stark an, hier wird nicht mehr sein. Ja. Die ist halt da reingegangen. Der ist da halt nicht. Randalls Haus. Halte durch, Hammond. Wir haben es fast geschafft. Ja. Tja, ja gut, ne. Dann würde ich sagen, wir können hier nicht durch. Dann gehen wir. Dann war's das. Schönen Abend noch. Tschüss. Morgen ist nix mehr. So, na dann würde ich sagen, ab zu Robert, ne. Hilft ja nix. Dann machen wir das. Okay, na dann. Raus hier. War sehr schön, aber reicht jetzt auch. Okay, dann würde ich sagen, dann, okay, entweder wir nutzen jetzt unser Boot oder wir laufen zurück. Ich glaube, wir laufen zurück. Ich glaube, das ist die sichere Variante. Weil wir haben jetzt hier unten erstmal einen Schnellreisepunkt. Damit haben wir einen Entry hier in die City jederzeit, wenn wir es mal brauchen. Und ich glaube, damit sind wir gewappnet für die Zukunft. Auch wenn mich die Lage ein bisschen ankotzt, weil man halt immer sehr weit laufen muss, weil das halt wirklich sehr, sehr weit westlich ist. Aber gut, ist halt das Westend hier von. Kann man nix gegen sagen. Ist halt so. Mein Gott. It is, wie es ist. Okay. Na dann würde ich sagen, ab zur Telefonzelle. Wo ist er? Ja, hier vorne. Wunderbar. Und dann haben wir es. Okay, dann ab zu Robert. Dann können wir nämlich bei Robert dann wieder zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Das gefällt mir. So, na dann. Einmal rüber zu Robert. Nämlich hier oben hin. Schnellreisepunkt. Und dann schauen wir mal, was uns bei Robert so erwartet. Äh, wo ist sein Haus? Sein Haus ist hier. Müssen wir zum Vordereingang rein? Ist ja klar. Achso, wir können einfach... Ah ne, ich hab schon gedacht, Alter, wir können jetzt hier drüber klettern. Das wäre der Hammer gewesen. Ja, da können wir nicht rein. Super. Die Tür gibt nicht nach. Haben Sie nichts zu tun? Ist das hier nicht... Oh lol, das ist das falsche Anwesen. Gott, bin ich doof. Okay. Das da ist das Anwesen von Robert Frogmorton. Kaiser. Na gut. Okay, da muss ich jetzt natürlich noch... Ja, wobei... Nö, das passt eigentlich, so wie ich das hier getan habe. So, guten Tag. Äh, die Ex... Erzählen Sie... Ich hätte ein paar Fragen über Bethany. Verzeihung? Ich glaube nicht, dass ich jemanden mit diesem Namen kenne. Ich bin im Zuge meiner Ermittlungen auf Sie gestoßen. Ihr Vater ließ sich einst scheiden und seine Ex-Frau heißt Bethany. Ach, die Geschichte. Ich war damals zu jung, um mich jetzt an irgendetwas zu erinnern. Aber das geht ohnehin nur meinen Vater etwas an. Und an Klatsch beteilige ich mich nicht. Okay. Ich habe ein verstörendes Buch gefunden, Mr. Frogmorton. Über Spiegel. Es geht darin um gefangene Seelen. Klären Sie mich bitte auf. Was haben Sie vor? Es macht wohl keinen Sinn mehr, es zu verheimlichen. Ich habe erfahren, dass ich einst einen Bruder namens Hammond hatte. Mein Vater hat ihn mir genommen. Hammond wurde mit Zauberei in den Spiegel gebannt. Das war das Werk meines Vaters. Aber warum er es getan hat, weiß ich nicht. Hammond ist ein Frogmorton und muss gerettet werden. 1891 hat Ihr Vater eine Expedition geleitet. Wissen Sie etwas darüber? Dazu kann ich Ihnen leider nicht viel sagen. Ich war damals noch ein Säugling. Und mein Vater hat die Ergebnisse seiner Expedition nie öffentlich gemacht. Was wirklich ein Jammer ist. Seine Arbeit hätte die Evolutionstheorie auf den Kopf gestellt. Ja, das sehe ich. Ich weiß, wer hinter der Entführung von Professor Do steckt. Eine Organisation namens Esoterischer Orden des Dagon. Die meisten Mitglieder der Organisation treiben sich auf dem Fischmarkt herum. Aber sie scheinen überall Leute zu haben. Selbst in der Universität. Ich wusste doch, dass mit dem EOD etwas nicht stimmt. Ein Unterschlupf für diese dreckigen Inns-Mauther ist das nichts weiter. Ich werde die Organisation in Grund und Boden stampfen. Das EOD besteht nicht nur aus Inns-Mauthern. Ich alle Inns-Mauther sind böse. Die meisten Mitglieder des EOD, mit denen ich es zu tun hatte, waren Einheimische. Und der einzige Inns-Mauther, mit dem ich bisher geredet habe, war ein netter Kerl. Sie sollten ihre Vorurteile auf den Prüfstand stellen. Unterstellen Sie mir etwa, dass ich ein Eiferer bin, Reed? Das kann ich so nicht weitergeben. Ja, sie sind ein Eiferer. Wenn man nach dem geht, was Sie sagen, ja. Die Inns-Mauther wären sicher gerne in ihrer Stadt geblieben und sind gewiss nicht gekommen, um sie zu ärgern. Der Hass, der Ihnen entgegenschlägt, hinterlässt bei Ihnen natürlich Spuren. Erkennen Sie nicht, dass das ein Teufelskreis ist? Sie haben einen Sohn auf dem gewissen Snub. Einer von Ihnen. Nicht alle. Wenn Sie weiterhin alle Inns-Mauther über einen Kamm scheren, werden Sie sich nur weiter radikalisieren und dann hört das nie auf. Der EOD wurde nur so mächtig, weil die Inns-Mauther sonst niemanden hatten, an den sie sich hätten wenden können. Das ist fair. Sie, Mr. Dropmorton, sind Teil des Problems. Ich werde über Ihre Worte nachdenken. Ja, zurück zu meinem Auftrag. Nicht abschweifen. Ich werde meine Suche nach Professor Doe fortsetzen. Ich habe eine vielversprechende Spur. Gibt es noch etwas, das Sie mir sagen wollen? Alles wie gehabt. Finden Sie Harriet und bringen Sie sie wohlbehalten zurück. Sie meinten, wir haben es mit einer ganzen Organisation zu tun. Ich habe etwas für Sie, das Ihnen von Nutzen sein könnte, falls Sie in Bedrängnis geraten. Und jetzt gehen Sie. Ich habe genug gehört. Was haben wir bekommen? Eine fucking Schrotflinte. Wupp, wupp. Neues. Familienbande, ein neuer Fall. Sehr gut. Das heißt, unseren alten Fall konnten wir abschließen, auch wenn wir anscheinend das nicht vollständig zu Ende geführt haben. Was aber auch nicht so wirklich schlimm ist, glaube ich. Ansonsten haben wir einen weiteren Punkt, den wir jetzt irgendwo hin verballern können. Und das ist jetzt tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage, die ich jetzt so gar nicht ehrlich gesagt beantworten kann. Also ich wüsste nicht mal, keine Ahnung, worin ich das jetzt genau reinballern sollte. Ich würde einfach mal sagen, wir ballern das jetzt einfach mal ein bisschen in den Geist rein, oder? So von allem ein bisschen was. Hier unten haben wir die 15% schon ausgereizt. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Okay, ansonsten im Spiegel reicht, ja, Erlaubnis um, tja, Durchsuchungsbefehl. Heißt das, wir müssen zur Polizei und da mal nachfragen oder da mal im Archiv nachgucken? Ich glaube, das erscheint mir irgendwie smart. Fred weiß, wo sich der, würde man sagen, der zu den hiesigen Schmuckler nicht erglaubt. Das ist nämlich über Anzeigen in der... Jede Woche erscheint mir eine neue Anzeige mit einer versteckten Nachricht. Okay, dann würde ich mal sagen, neuer Fall Familienbande. Wir haben jetzt eine Schrotflinte. Das ist natürlich... Sorry, falsche Taste. Das ist natürlich sehr gut. Die sollten wir jetzt einmal sauber durchladen. Okay, damit habe ich ordentlich Bums. Das ist sehr wichtig. Wir können erstmal noch ein Foto machen hier, falls sehr schön alles aussieht. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal uns auf den Weg zur Polizei, ehrlich gesagt. Was Klügeres fällt mir jetzt ehrlich gesagt nicht ein. Um unseren Nebenfall zu bearbeiten. Und dann als nächstes gehen wir dann... Ja, ins Bett, weil es ist schon spät. Ne, ähm, und als nächstes, ähm, gehen wir dann nochmal zur, hier zur, ähm, Dingens hier. Naja, ihr wisst schon, nicht zur Universität hier. Auch nicht zum Rathaus, nicht zum, hier, Nachrichtenagentur. Oder wie heißt denn das? Was war denn das nochmal? Hier, hier der Oakmont Chronicle. Da gehen wir als nächstes hin. Aber jetzt machen wir uns erstmal nochmal auf den Weg zur Polizei. Und lustigerweise ist das alles nebeneinander. Das heißt, wir können einfach eine Schnellreise hierhin machen. Äh, E. Okay, das Ding muss ich löschen. So, fertig hier. Ich hoffe halt, dass die Polizeistation mir irgendwie weiterhilft. Um ehrlich zu sein. Bin ich auf dem richtigen Weg? Ne, bin auf dem völlig falschen Weg. Ah, geil. Aber hier drüben, das muss es sein, oder? Ja, wunderbar. Schönen guten Tag, Officer. So, ich muss Schmuck ausführen. Ne, wir müssen jetzt das hier auswählen. Feldstudien, tja, da komme ich immer noch nicht weiter. Naja. Schönen guten Tag, ich muss einmal kurz ins Archiv. Ne, das war hier nicht, das war hier nicht gewesen. So, was haben wir denn? Äh, die Räumlichkeiten im Bezirk Salvation Harbor. Das heißt, Salvation Harbor. Dann den Verdächtigen, äh, Personengruppe, Verdächtigen, äh, wegen verdächtigen nächtlichen Treibens. Ich würde sagen, Bagatelldelikte, oder? Nicht? Ah, Beschwerden, Beschwerden. Klar, logisch. Sorry, mein Fehler. Äh, Wohnort hat die Stadt verlassen. Letztes bekanntes Wohnort, Oakmont, Massachusetts. Okay, Verdacht auf Störungen. Okay. Fälschungsdelikte. Okay, Haus des Spiegelfabrikanten. Ähm, das bedeutet, wir gehen jetzt hier hin, gehen hier hin, im Spiegeldingen. So, zack, dann gehen wir wieder zur Karte. Alter, das ist so geil, es fühlt sich so gut an. An der Ecke, alter, wie viel wir da unten mittlerweile auch ab? Alter, holy shit. Was haben wir denn hier alles? So einiges. Äh, an der Ecke Wind, okay. Okay, ähm, aber jetzt ist natürlich wieder die Frage, was ist der Hauptbezirk? Äh, letzter bekannter Oakmont, Oldcroft Nord. Oldcroft Nord, isn't that? Oldcroft Nord, ah, hier, ah, hier, okay, alles klar. Äh, an der Ecke Windhalf, die war hier? Nee, wo war sie? Äh, hier. Ja, an der Ecke Windhalf, äh, Goldbridge. Goldbridge, wo haben wir sie hier? Da müssen wir hin. Bam. Und das bedeutet, wir machen hierhin eine Schnellreise. Alter, wir kommen voran. Und der Tag hat Struktur. Wobei, wenn ich jetzt eh schon mal hier in der Nähe bin, würde ich vorher noch mal ganz kurz hier runterlaufen, ehrlich gesagt. Und direkt hier im Chronicle mal nachschauen, wenn wir eh schon hier sind. Dann können wir wieder zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, was mich unglaublich glücklich macht. Und holy fuck, Alter, sind diese Nebenmissionen aufwendig, Alter. Das hätte ich nicht gedacht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch noch weitergehen wird. Das wird noch nicht vorbei sein, diese Nebenmissionen, wenn wir jetzt da ankommen. Es ist so geil, aber auch gleichzeitig halt echt viel Arbeit. Von daher, naja, machen wir das Beste draus. So, rein hier. Einmal ab ins Archiv. Gibt es irgendwas Neues? Okay, ich habe gedacht, ich könnte mittlerweile mal ein neues Interview geben. Anscheinend nicht. Okay, jetzt habe ich natürlich das falsche Ding ausgerüstet. Das heißt, wir müssen Fallmappe, Familienbanne das, anheften, haben wir. Dann E drücken. Okay, Bezirk, Salvation Harbor, haben wir das als erstes. Dann Hubrik, sind Anzeigen. Zeitraum, ja nach der Flut halt, wahrscheinlich, oder? Die Zeit ist gekommen, dem zahnlosen Bob für seine letzte Reise Lebewohl zu sagen. Die Totenwache wird in der Bar des Seven Oaks abgehalten. An der Kreuzung Calmshore Street, Salvation Road, okay. Wunderbar. Totenwache für den zahnlosen Rob. Das heißt, wir müssen hier rein, hier anheften. Das ist nicht mehr angeheftet. Dann haben wir hier jetzt in der Kreuzung im westlichen Teil von Salvation Harbor. Guckt mal einer an. Da haben wir noch keinen Schnellreisepunkt hier in dem Bereich. Sehr gut. Das heißt, da werden wir jetzt demnächst einen bestimmt frei, fuck, demnächst einen freikriegen. Dann haben wir hier Seven Oaks an der Kreuzung, Calmshore Street und Salvation Road. Das heißt, wir müssen jetzt die Calmshore Street suchen. Westlichen Teil, Calmshore Street. Was ist noch? Calmshore und Salvation. Calmshore und Salvation. Ich bin dumm. Ich muss hier suchen. Ich dummer Vollidiot. Tja, Kinder. Da merkt man, wie blöd man ist, wenn man nicht mehr Westen und Osten auseinanderhalten kann. An der Kreuzung und Salvation. Calmshore geht hier lang. Und Salvation Street ist hier. Das heißt, wir müssen genau hier hin, wo auch der Schnellreisepunkt ist. Holy fuck. Okay, na dann, ab zum Schnellreisepunkt. Dann ab kurz in, ne, einen Abstecher in Norden machen. Und dann ab runter in ganz Südosten. Äh, Südwesten, Entschuldigung. Ja, also ich habe eine kleine, äh, ja, West-Ost-Schwäche. Wie man so schön sagt. Eine Schwäche. Und hier können wir einmal E drücken. Stoff. Sehr gut. Stoff ist wichtig. Den können wir vertecken, den Stoff. Okay. Dann ab zur Telefonzelle. Und ab in Norden. Ab. So, ab durch hier. Zack. So, dann einmal kurz hier hoch. Dann einmal hier den, den hier auswählen. Also mittlerweile bin ich auch angekommen hier in dem System, wie das alles funktioniert. Und das macht unglaublich Spaß. Weil ich jetzt mittlerweile mich gut zurecht finde. Das heißt, ich kann den hier, Hinweis haben wir schon angeheftet. Das heißt, und das wird sogar jetzt noch gehighlighted, wo ich hin muss. Das heißt, ich müsste theoretisch gar nicht mal da wirklich auf die Karte gucken. Weil der Kompass mich da schon hinführt. Alter, das ist so geil. Das ist so geil. Ich, also ich hoffe, das merkt man auch immer ein bisschen. Ich hoffe immer, dass bei meinen Displays so ein bisschen durchkommt, welche Projekte mir Spaß machen und welche gar nicht. So, ne, zum Beispiel Crysis. Da war ich so lange Zeit auch ein bisschen am Hadern, besonders am Anfang. Ich glaube, das hat man auch gemerkt. Und das hier ist mittlerweile pure Freude, weil wir einfach vorankommen im Fall. Geil. So, dann haben wir jetzt hier. Und hier wohnt also der Spiegelfabrikant. Schauen wir mal hier vorne hin. Das sieht man doch schon stark danach aus, als wenn es hier reingeht. Hallo, schönen guten Tag. Ne, oder auch nicht. Schade. Ähm. Was sind hier alle? Der wird zusammengeschlagen. Was ist das denn? Darf ich mitmachen? Scheiße. Okay, also an der Ecke Windhaf. Okay, hier wohnt der also irgendwo. Ja gut, dann würde ich sagen, tun wir mal die vier Eckgebäude abgrasen, oder? Hier muss ja irgendwo einer sein. Und hier vorne, nee, das ist nicht das richtige Gebäude. Hier fehlt nämlich das Haar. Ah, nee, hier war ein Haar, oder? Ja. Okay, wunderbar. Das heißt, schauen wir uns hier mal um. Hier wird bestimmt ein Monster auf uns warten. Aber so ist das halt. Naja. An der Ecke Windhaf Avenue. Hier bin ich jetzt. So, was haben wir hier denn? Okay, das sieht für mich hier alles unfassbar sauber und clean aus. What the fuck? Hier ist ja gar nichts. Okay, dann gehen wir mal nach unten und schauen uns unten im Keller um. Das sieht mir hier so alles so besenrein und so sauber aus. Das ist ein Billardtisch. Ich glaube, hier hinten erwartet uns jetzt was ganz Schreckliches. Und das Spiel möchte ein bisschen Ruhe aufbauen, damit uns jetzt umso härter der Schlag trifft. Aber hier ist ja gar nichts. Hä? What the fuck? Hey, ist ja gar nichts. Was ist das denn? Och, Menno. Haar. Haar wie Hallo. Warum ein Haar? Hm, der weiß. Also wirklich schlau werde ich hier raus nicht, um ehrlich zu sein. In meinem geistigen Zustand tut das ja alles auch nicht besonders gut tun. Aber bin ich einfach im fucking falschen Haus, oder was? Ich glaube schon. Ja, sorry, aber das ist ja völlig falsch, glaube ich, oder? Ich meine, ja, da kann man rein, aber ja, hier drüben, guck mal, das sieht doch besser aus. Das ist doch eher an der Kreuzung. Also, Entschuldigung, Barbara, was ist denn das hier? Ja, guck mal, hier. Das sieht doch eher, na, hier, guck mal, perfekt. So. Ah, guck mal, und hiermit können wir jetzt Fallen bauen, aber auch, brauchen wir nicht. Okay, ich glaube, oben im Obergeschoss sind Viecher. Die liegen hier schon eine ganze Weile. Ja, interessant. Was haben wir hier? Ein begehrter Junggeselle, Francis Frogmorton, der in Oakmont beliebte Gelehrte und Abenteurer, ist wieder Junggeselle. Am Dienstag fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit die Anhörung vor dem Scheidungsgericht statt. Direkt nach Verkündung des Urteilsspruchs drang das Ergebnis nach draus, nach außen. Der sich verschlechternde Geisteszustand von Bethany Frogmorton war als Grund ausreichend, die Ehe des Paares aufzulösen. Es wird Zeit, all das Leid hinter uns zu lassen, sagte Francis Frogmorton beim Verlassen des Gerichtssaals. Der Tod unseres Sohnes Hammond ist eine Tragödie, aber bei solch einem Schicksalsschlag muss man stark bleiben. Leider gelang dies Bethany nicht. Tellerfalle. Aha. Stark. Okay. Das bedeutet, da oben wird was Riesiges auf uns warten. Genauso wie die Bitches in meiner Hose. Ähm. Was haben wir denn hier? Oh Gott, der Wichser. Oh Gott. Oh Gott. Nee, den haben wir. Okay, und den müssen wir jetzt mit der letzten Patrone erledigen und das gelingt uns nicht. Oh Gott. Okay. Uff. Okay. Und hat jetzt die Falle gar nicht ausgelöst, oder wat? Hat auch nicht ausgelöst. Okay, und da ist noch ein Vieh. Okay, wir müssen erstmal ganz kurz hier uns erstmal wat in die Vene jagen. Ja. Zack. Und als nächstes müssen wir einmal gesammeltes Inventar werden. Wir müssen hier Dinger craften. Geht gar nicht anders. Okay, wir können ja auf jeden Fall später wieder looten, was sehr gut ist. Oh, die Stoff. Okay, das ist sehr, sehr wichtig. Das sind sehr, sehr wichtige Ressourcen. Okay, die werden unten im Keller wahrscheinlich sein. Das heißt, wir müssen erstmal noch den Keller klären, bevor wir jetzt hier irgendwas weitermachen können. Das tut mir leid. Aber ich würde sagen, meine sehr verehrten Damen und Herren, das machen wir erst im nächsten Part. Diesmal bin ich ein Wichser. Diesmal bin ich ein richtiger Wichser, der euch jetzt einfach in den wohlverdienten Abend schickt. Ihr könnt euch jetzt noch was Schönes gönnen, bevor ihr ins Bett geht. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Und ja, habt eine gute Zeit. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.